Ich hab den gesamten Treibstoff abgelassen. Was? Ich spring nicht unter keinen Umständen. Ich hab Schiss! Was? Ich hab Schiss! Was? Ich hab Schiss! Falls Sie sich fragen, wie es so weit kommen konnte... Wir sind in Brasilien! Alles begann, als wir meinen künftigen Schwiegervater trafen. Benvenido! Und das ist Frank, mein Freund. Na los, ich zeig euch mein Paradies auf Erd. Schieß den Ball ganz weit weg, Frank. Au! Mein Engel! Wird er uns die ganze Zeit so filmen? Morgen machen wir einen Ausflug in die Umgebung. Ihr wollt einen Spaziergang? Meine Mutter freut sich immer, wenn sie mal rauskommt. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Hab ich dich gerufen? Verpiss dich gefälligst. Ich zähl auf euch! Noch keine Spür von ihm? Es wird zu dunkel, um weiter zu suchen. Deshalb müssen wir wir heute abbrechen. Das hier ist das nicht die Kamera eures Freundes? Was kann da nur passiert sein? Es gibt ja wohl nur einen Weg, das zu erfahren. Wir gucken das Video. Solange ich bei Ihnen bin, kann Ihnen nichts passieren. Wenn ich als Kind ausmüchsen wollte, habe ich Klamotten zusammengeknotet, um ein Seil zu knüpfen. Das funktioniert perfekt. Wir beide sind an allem schuld, mir rein! Entschuldige, dass wir dich aufheitern wollten. Das ist was in meiner Hose! Irgendwie ein Vieh! Wer sind diese Staubfädel? Wir sind ausgebucht. Ihre Hand? Nein! ARD Text im Auftrag von Funk